Guten Tag, ich dachte zwischen dem ganzen Zombie-Geprügler kann man auch mal wieder eine normale Runde spielen. Und da Free-to-Play jetzt echt schon eine Weile her ist... Oh, Tunesien. Hat man ja ganz selten. Ich versuche mal mit einem Panzer reinzupanzern. Mal gucken, ob das geht. Ähm, ja, jetzt gucken wir mal, ob ich durch den Zombie-Modus besser zielen gelernt habe oder eher weniger. Ich habe tatsächlich echt wenig normale Runden in letzter Zeit gespielt, beziehungsweise ich habe allgemein recht wenig in letzter Zeit gespielt. Aber die letzte Free-to-Play-Runde ist auch schon eine Weile her, von daher müssen wir da unbedingt mal wieder rein. Boah, muss ja auch mal im normalen Gameplay wieder klarkommen. Ähm, auch wenn das Event jetzt verlängert wurde. Da... Aber es macht halt auch echt Bock, den ganzen Spaß da zu spielen. So, Alter, war ich lang nicht mehr in Tunesien. Gucken wir mal, ob da überhaupt was reingeht. Mit unserem geilen Panzer hier. Wir sind ja immer noch dabei, das Sturmgeschütz freizuschalten. Da hinten ist auf jeden Fall schon mal Böses im Busch. Muss mal erstmal gucken, ob da Feind... Oh, da oben auf dem Dach, oben auf dem Dach, oben auf dem Dach. Ah! Stimmt, der Panzer hatte so einen geilen Sound. Ja, wenigstens einer mal erwischt. Auf jeden Fall da unten pimmelt ein bisschen was rum. Ich habe gar keine Ahnung von der Map tatsächlich gerade. Ich weiß nur, dass da gerade einer oben gefallen ist. Stimmt, Alter. Der Panzer, der wackelt ja wie Sau. Da ist auf jeden Fall noch ein Feind. Panzer! Warum wollte der gerade nicht sterben? Ich glaube, ich bleibe erstmal hier stehen. Also wirklich sterben wollen die gerade alle nicht. Oh, Feindpanzer! Nachladen, nachladen. Ach, ist nur ein kleiner Stewie. Oh, das war ein kleiner Stewie. Direkt mal weggemobbt. Den kleinen. Ich finde es ja gut, dass wir angreifen müssen. Ich greife ja viel lieber an, als zu verteidigen. Aus nahliegenden Gründen. Weil es einfach viel mehr Spaß macht. Müssen wir trotzdem erstmal gucken. Wie gesagt, ich bin im normalen Gameplay tatsächlich ein bisschen lost aktuell. Und ich muss ja sowieso noch einige... Ich habe so wenig hochgeladen in letzter Zeit, weil ich einfach keine Zeit hatte. Da wird es auf jeden Fall mal wieder richtig Zeit dafür. Dass ich da wieder einiges aufhole. Aber ich hoffe mal, ich habe jetzt einfach ein bisschen Zeit. Oh, da steht eine Flak. Fuck. Mach sie weg, mach sie weg, mach sie weg. Oh, das ging ja einfacher zu dachten. Den haben wir auch kurz weg. Hey, da läuft ja richtig was mit den Deutschen hier. Was ist da los? Vielleicht haben die Amis auf Tier 2 aber auch einfach gerade keinen Bock. Wir pushen jetzt mal hart rein hier mit unserem Panzerleaf. Wir haben eine Pack gebaut. Wie ich halt gar keinen Schaden mache. What the fuck? Also kann man die Pucks nicht mehr mit HE wegmuppen? Wer schießt denn da auf mich, Kevin? Das ist auch nicht die Puck, oder? Dein Haus hier. Du bist das, du Drecksack, Alter. Verpiss dich. Du hättest ihn nicht früher erschießen können, oder? Oh. Okay. Den habe ich nicht gesehen. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir es mal rein einnehmen hier. Dass das als kleines Lebenszeichen, dass da überhaupt was passiert. Gucken wir mal mit unserem schönen Sunny-Trop. Wir haben ein Spahn-Auto. Das sind doch schon mal die besten Voraussetzungen. Kurz eine Kiste hier droppen. Aber da kommt Bomben, das ist nicht gut. So, weiter geht's. Äh, wo sind die Gegner eigentlich überhaupt hergekommen? Ja, ich glaube, ich habe sie gefunden. Warte, ich heile dich. Aber dann heile ich dich halt. Bleib stehen! Haben wir, Captain. So, wo ist der Feind? Da, da hinten ist der Feind. Uah! Und da ist auch der Feind. Überall ist der Feind. Mach ihn weg. Ah, okay. Facken ist weg. Ah, Alter. Gute, Alter, MP34. Hauptsache keinen Schaden machen mit dem Ding, ey. Krass, wie viele Schüsse du brauchst, um jemanden zu dauern. Ach, die Kacke sind das viele, Alter. Uh! Geh mal da um die Ecke. Da sind ein paar. Ist hier noch jemand drin? Batz. Kurz umgeprügelt, den Kollegen. Ist hier noch einer? Da ist keiner. Okay, weiter geht's. Hier ist doch bestimmt auch jemand drin. Ne, da ist keiner drin. Hallo. Ach, komm schon, Alter. Das ist so schlimm, dass die scheiß MP34 absolut keinen Schaden macht, ey. Uh, ne, Junge. Hier ist doch bestimmt noch mehr im Busch. Oder? Ja, nein, vielleicht. Droppen wir halt hier nochmal eine Sunny-Kiste. Vielleicht hat da ja einer Bock. Hier schießt auch noch irgendeiner. Wo ist er denn? Egal, wir pushen da jetzt einfach rein. Da ist schon wieder einer auf dem Dach. Das war ein sehr langwieriger Headshot gerade. Ach da. Pass mal auf. Alter, hat er mich gerade durch den Busch angeschossen, die Sau. Junge, Junge. Ich könnte eigentlich auch mal mit dem Sniper rein. Ich habe ja jetzt ein bisschen Übung durch den Zombie-Modus. So. Wer hat mich jetzt hier weggeschniebert? Da oben ist keiner mehr. Kommt mal die MP wieder her. Bisschen extra Money kann man immer gebrauchen. Ich gehe mal hier rein ins Loch. So. Keppen. Da hinten ist der Feind. Da, 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 da. Du brauchst das ganze Magazin, um Gegner zu töten. Das ist herrlich. Hallo. Och Gott. Irgendwann habe ich noch was geholt. So. Sniper. Keppen wir den Punkt? Weil dann warte ich kurz. Dann warte ich nämlich kurz, bis der Spawn vorgesetzt wurde. Oder wo ist der? Ja doch. Da warten wir kurz. Oder komme ich nochmal mit dem Panzer? Nee, komm, scheiß auf Panzer. Komm. Spawn. Rutsch vor. Hallo. Ist der jetzt schon vorne? Ist das? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja komm, wir sparen einfach doch. Scheiß drauf. Bisschen Schneeburn. Gott. Ist ja ungewohnt mal wieder mit dem Sniper zu spielen. Gucken wir mal, ob wir das Aim noch einigermaßen drauf haben. Ich habe jetzt auch gerade kein Aiming-Unterstützungsgetränk. Das habe ich vor einem Zombie-Modus leer gesoffen. Müsste sonst erstmal wieder einkaufen. Da habe ich gerade keinen Bock dafür. Drauf. Wie auch immer. Gerade ein bisschen kratzigen Hals, ey. Keine Ahnung. Ist in letzter Zeit irgendwie. Aber eh voll viele Leute krank irgendwie. So. Jetzt müssen wir da hinten die Oase attacken. Gott. Ich dachte gerade, das ist ein Feindfahrzeug. Da ist nix. Aber bis jetzt recht entspannte Runde. Noch 59 Tickets. Ähm. Also siehst du zum Lesen bin ich auch schon zu blöd. Ähm. 59 Tickets. Ist für Tunesienverhältnisse eigentlich echt gut. Das sieht nach einem recht entspannten Angriff aus auf jeden Fall. Aber vielleicht kriegen wir dann auch mal ein paar Punkte zusammen. Dafür, dass wir halt nur auf die Fresse gekriegt haben. In letzter Zeit. Hier kommt bestimmt gleich wieder Art hier runter. Geklatscht. Flugzeug. Ist wahrscheinlich unseres. Oh. Das ist nicht unser Flugzeug. Komm her. Bap. Wo ist die Bombe gelandet? Oh. Keine Ahnung. So. Wo ist der Feind? Will ein bisschen schniebern. Da ist der Feind. Oh Gott. Da muss man zielen. Ja. Geht doch. Wo ist der andere? Das ist schon wieder. Das ist schon wieder so ein scheiß M13. Hallo. Zack. Spotten wir mal kurz. Ja du Sau. Oh. Der ist schon tot. Das war jetzt schlecht da hin zu rennen. Willst du vielleicht... Gott. Alter wo ist halt überall rumliegen. Ihr sollt auch einen scheiß Punkt verteidigen. Ihr Lackaffen. Da ist doch bestimmt da hinten noch einer, oder? Ich hab's doch im Urin. Natürlich. Da snipert noch irgendeiner. Wo ist denn die Sau? Ich dachte schon, jetzt zünde ich mich selber an. Das wäre auch wieder so ein Ding gewesen. Irgendwie schießt da noch einer von hinten auf mich. Da kommt er schön angerummelt mit seinem Panzer 3. Ah stimmt hier, die Kisten und so, die haben ja jetzt auch eine Hitbox bekommen. Dachte ich grad. So. Was ist da hinten? Ich muss echt erstmal wieder klarkommen, ey. 28 Kills. Wo hab ich denn die hergezaubert, ey? Wen haben wir überhaupt ein Team? Gebt mir da jemand? Äh. Nein. Junge, die pushen aber auch richtig durch. Die Deutschen haben ja heute richtig Bock. Oh. Lass mich mal da hoch, bevor die mich abknallen. Ja, lass dir Zeit mitklettern. Kein Stress. So. Wir sind eh der Letzte Überlebende hier. Gott. Wie kann ich da daneben schießen, ey? Gott, den haben wir. Wo ist der andere? Echt jetzt? Hat der grad sich selber in die Luft gejagt? Schießen schon wieder mit Gewehrgranatwerfen. Das ist schon wieder nicht cool. Das ist schon wieder ein M13. Oh. Oh. Habt ihr den Headshot gesehen? Schön aus der M13 raus. Den Schützen. So muss es laufen. Da ist noch. Noch einer. Ich glaub, ich bleib erstmal in dem Haus. Ich seh aber. Da ist ein Fuß. Weg mit ihm. Den haben wir auch. Läuft er. Oh Gott. Hey, der hat den, den, den Charlton-Strawl. Äh. Bäh, bäh, bäh. Siehst du, Alter. Sprechen ist heute echt nicht so mein Ding. Diesen Charlton-Event-Trupp. Oh. Da bombert einen rum. Die Charlton ist halt auch so. War halt cool, das Ding freizuschalten. Das ist ja, ähm, neuseeländischer Trupp. Ach du Scheiße. Guck, guck. Oh, wie hab ich den geholt. Oh, wie hab ich den geholt. Hm. Das war grad geil. Da ging auf jeden Fall was. Krieg ich den Cap auch noch mit? Ach, dann halt nicht. Also, ich glaub, der Zombie-Modus hat tatsächlich mein Aim ein bisschen verbessert. Auch wenn ich das... Oh, da ist er. Die Charlton. Na ja, das Ding. Ja, die Waffe ist halt schon witzig. Hab ich... Ich glaub, zu der Waffe hab ich da sogar schon mal... Ich bin der Meinung, ich hab da mal ein Video dazu gemacht. Ich bin mir jetzt wohl gar nicht sicher. Weil der Event-Trupp... Da waren die Events auch noch richtig geil in Enlisted. Da hast du ja die Charlton gekriegt. Dann hast du noch... Alter, du hast so viel gekriegt. Du hast eine P-47 gekriegt. Du hast ein Panzer gekriegt. Da ging auf jeden Fall was. Jetzt fahren wir erstmal hier ein bisschen Auto. Guter, alter Volkswagen. Können wir jetzt irgendeinen Tod fahren? Das wär auch witzig. Ich würd sagen, wir rushen da jetzt einfach rein. Schön mit der Charlton. Hopp. Bin da. Wer noch? Bom, 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 bom. Kuckuck. Wuh. Okay, der hat ja auch richtige Reflexe, ey. Ich find's auch immer witzig, wenn die Bots oder so dich messern. Du bist immer One-Hit. Das ist so hässlich. Ah, wir haben da einen Spawn-Punkt. Können wir mal mit unserem guten Pioniermann reinkommen. Und dann attacken wir hier mal ein bisschen. Das ist eh der letzte Punkt. Also von daher ist das ja alles super entspannt. Was? Geht doch. Nicht das machen. Gott. Wie war das mit dem Aim? Schmeißen wir da jetzt einfach ein Sprengpaket rein. Den machen wir weg. Den machen wir auch weg. Wartet kurz. Ich muss nachladen. Wait for it. Kann ich ja hochhüpfen. Ha. Wieder was gelernt. Uh. Den hätte ich ja nicht haben müssen. Aua. Lass mich doch alle in Ruhe. Brauchen wir ja ein bisschen Deckung hin. So. Und dann. Ganz entspannt hier alles. Sagte er, als die Bombe kam. Da oben war noch. Da irgendwo kündelt noch irgendwas rum. Aber ist egal. Den Cap haben wir sowieso. Das war ja mal eine easy Runde. Aber immerhin. Win. Das gibt auf jeden Fall ein paar XP. Ach. Da oben sind sie doch. Zack. Und zack. Und dann war die Runde vorbei. Ja. War jetzt auch nicht so der Wahnsinn an Punkten. Aber auf jeden Fall. Kommen wir mal ein bisschen näher ran. Hey. Ich war trotzdem Platz 2. Obwohl ich so scheiße gespielt habe. Das muss auf jeden Fall was heißen. Aber die meisten zocken eh gerade das Event. So. Da haben wir da ein bisschen was freigeschaltet. Wie sieht es denn aus? Ja. Eine Runde noch. Circa. Dann habe ich das Ding. Und dann können wir mal ein bisschen weiter gehen. Das war ja jetzt doch eine recht kurze Runde. Aber immerhin. Win. Ist ja schon mal ein kleiner Anfang. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein.